Herzlich Willkommen auf meinem Multikooli Channel. Ich bin Solalaser und heute gibt es Upgrade für den G-Mate. Und zwar sind die Teile schneller gekommen als gedacht. Ich habe es schon auf Instagram gepostet. Wer mich auf Instagram verfolgt, hat es gesehen. Hier immer mein Instagram. Und zuerst möchte ich euch die schönen Felgen zeigen, die gekommen sind. Und zwar sind das die hübschen Teile. Ich habe sie euch in dem Bild schon gezeigt. Es sind genau diese Felgen. Und was ich an diesen Felgen so richtig geil finde, ist einmal der Einlass, den wir haben, der perfekt geeignet ist, um Autogewichte hier rein zu machen und einmal rum rum zu kleben, um den Reifen schwerer zu machen. Das habe ich schon einmal gemacht. Und zwar so sieht das Ganze dann aus. Und ich muss sagen, richtig geil. Ich muss mal gucken, ob ich noch andere 2 2er Reifen finde, aber ich werde die erstmal benutzen. Und irgendeiner hatte, glaube ich, unter das andere Video geschrieben, die Reifen sind falsch rum. Ich habe die ja hier. Das ist die Front. Hier, Front. Die geht statt spitzförmig geht die keilförmig, weil ich möchte ja eine Keilform haben beim Crawlen. Und hinten habe ich es genau andersrum gemacht. Hinten habe ich die Form auch so rum gemacht. Und jetzt könnte man sagen, ja, wieso so? In dem Amboxing gleich werdet ihr Teile für den G-Mate sehen. Und da wird hier hinten auch eine Lenkung kommen. Und das Ganze kann ja dann auch rückwärts fahren. Und rückwärts will ich genauso die gleiche Crawler-Fähigkeit haben wie vorne. Genau. Deswegen sind die Reifen so gewollt. Also beim Crawler gibt es sowieso. Wenn sich jemand da was beidenkt beim Crawler und die Reifen so montiert, dann hat er schon einen Grund. Das ist nicht wie bei den normalen Autos. Beim Crawler gibt es die Gesetze desjenigen, wie er es will. Ja. Ich habe sie montiert mit den originalen G-Mate-Reifen. Und ich muss sagen, sie halten dicht. Also hier kommt keine Luft mehr raus. Daher bin ich am überlegen, ob ich nicht hier ein kleines Loch reinbohre und Luft reinlasse. Das sind auf jeden Fall die Felgen. Sehen ziemlich geil aus. Hochwertig verarbeitet. Dicke, fette Ringe, die wir hier haben. Also kein dünnes Material. Wir kriegen hier richtig geile Qualität. Und was ich cool finde, wir haben hier noch einen Deckel. Und unter dem Deckel, das zeige ich euch mal eben kurz, mal kurz vorgespult die ganze Nummer. Zack. Und hier unter dem Deckel ist dann die Radmutter. Und die wird dann hier mit einer schönen fetten Alukappe, die auch sehr ordentlich gearbeitet ist. Wird hier die Mutter verdeckt und kann nicht verloren gehen. Finde ich richtig stark. Ja. Mit Alukappe. Und das sind tiefziehende Felgen. Die gehen ziemlich weit rein. Das Coole daran ist, der Mitnehmer sitzt gleich vorne an. Also wir haben gleich den Mitnehmer hier vorne. Dadurch rutscht der Reifen von der Innenposition nach außen. Und der G-Mate wird auch noch breiter. Bei den Originalfelgen geht der Mitnehmer, wie ihr seht, ziemlich weit rein. Und dadurch geht der Reifen halt mehr nach innen. Und der Wagen wird dadurch kleiner. Und durch die Felgen wird der Reifen breiter. Und somit kann man sich auch das Verbreiterungskit, also dass der Wagen breiter wird, sparen mit den Felgen. Und ich finde die Verarbeitung wirklich sehr geil. Ich zeige sie euch mal. Die sehen richtig geil aus. Was ich cool finde, ist dicker, fetter Ring. Nicht zu viele Schrauben, dass man zu viel schrauben muss. Und die Verarbeitung ist wirklich 1A. Vier Felgen mit genug Schrauben, also ihr bekommt hier wirklich eine kleine Tüte mit Edelstahlschrauben. Keine normalen Imbusschrauben, die rosten, sondern Edelstahlschrauben, Rostfreischrauben. Bekommt ihr hier in so einem Zweierpack, also insgesamt 4 Stück. Für 45 Euro. Ich finde 45 Euro ist schon eine Hausnummer. Aber ich wollte unbedingt diese Felgen haben. Und es gibt nur diese Felgen in diesem Design mit diesem rauskommenden Mitnehmer, dass die Felgen schön breit werden und der Wagen dadurch Breite kriegt mit diesen Einlass für die Gewichte. Die gibt es leider nur in diesem Design und für diesen Preis. Ja, und deswegen habe ich mich für die entschieden. Ja, so sieht das Ganze aus. Ich finde mega geil. Also wirklich mega geil, wenn da noch die Kappe in der Mitte drauf ist. Hammer. Ich finde die so Hammer. Die gehen so weit rein. Ich habe jetzt hier einen Reifen schon aufgebleit mit Bleigewichten. Das Problem ist leider, dass die Felge schmaler ist als die Gewichte. Das heißt, die Gewichte müssen hier bearbeitet werden. Und zwar mit einem Dremel müssen hier die Ränder bearbeitet werden. Einmal schleifen und dann könnt ihr das so in einem Rutsch durchmachen. Dann klebt ihr hier noch die restlichen Reifen rein. Und dann haben wir, und das zeige ich euch jetzt mal kurz, normaler Reifen, normaler G-Made Reifen mit Plastikfelge ohne Gewichte drin sind wir bei 152 Gramm. Und Alufelge mit Bleigewichten sind wir bei 360 hatte ich eben. Ich null die noch mal kurz. Und achso, die Alukappe ist ja weg. Ja, 360 Gramm und das mal 4 kommen wir auf 1,4 Kilo. Nur an den Reifen. An dem G-Made selber werde ich nichts machen, was den irgendwie schwer macht. Das heißt, das Hauptgewicht beim G-Made werden nur die Reifen sein. Alles andere wird so leicht sein wie möglich. Ich habe schon eine wasserdichte Kombo, die hier reinkommt. Ich habe mir ja die Lenkung geholt, die zeige ich euch gleich. Und dann kommen hier zwei wasserdichte Servos rein von JX. Zwei blaue Wasserdichte. Ich muss mal gucken, ob ich die auch in rot kriege. Weil blau ist jetzt nicht so mein Ding. Das sind die Felgen für den G-Made. Die Verkleidung wird auch chrom lackiert. Und dann haben wir hier einen schwarzen Chrom-Effekt. Ich werde noch ein paar Alu-Teile bestellen. Und apropos Teile, da kommen wir jetzt zu. Also wie gesagt, einmal Kunststoff, einmal Alu. Schreibt mir mal in die Kommentare, weil ich mache es erst, wenn ich mal mit jemandem gesprochen habe, der so ein bisschen Erfahrung hat mit diesen Spin-Crawlern. Ist es sinnvoll, die Luft drinnen zu lassen? Weil wenn ich jetzt hier drücke, ihr seht, die Luft bleibt drinnen in dem Reifen. Ist es klug, die Luft drinnen zu lassen? Oder ist es klug, ein Loch zu bohren und die Luft entweichen zu lassen beim Crawler? Oder soll der Luftdruck hier drinnen bleiben? Bei den Reifen, seht ihr, habe ich beim Zusammenbau, die sind nämlich auch luftdicht. Da habe ich wohl irgendwie Druck aufgewettet und habe den Reifen zusammengebaut. Aber hier hat er Vakuum gezogen, weil hier kommt die Luft nämlich auch nicht raus bei den G-Mades. Und jetzt hat er hier immer, seht ihr das? Da ist ein Vakuum drin. Wenn ich die aufschraube, dann zieht er richtig Luft. Das hört man voll. Da macht das so und er rückt sich seine Luft wieder. Ja, schreibt es mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Ich habe es jetzt zum Beispiel beim TX4, da haben die Reifen auch keine Luft. Ja, ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, Klebegewichte besorgt. Dann habe ich mir Ballons geholt. Herzballons habe ich genommen, weil die haben so eine große Öffnung für den Empfänger. Die kommen dann nie rein. Alle Kabel rein, so viel wie möglich. Und dann wird der Hals vom Luftballon gezogen und in den Hals wird Heißkleber reingemacht. Dann wird der Hals einmal gedreht und dann kommt einmal ein länglicher Form Kabelbinder rum. Dann wird er einmal gedreht und dann kommen nochmal zwei Kabelbinder rum. Und das soll dann dafür sorgen, dass da gar kein Wasser reinkommt. Und dann heißt es, ab ins Wasser. Wir können tauchen gehen. So, kommen wir zu dem nächsten Unboxing. Und zwar hat mich das Paket aus Korea erreicht. Und zwar direkt gekauft bei JanFact aus Korea. Ist ein G-Made-Shop. Denke ich mal, dass er G-Made ist. Die Produkte sind original G-Made. Die Verklebung auf dem Karton ist original G-Made. Es gab es hier als Free-Gift Schrumpfschlauch. Fand ich richtig geil. In verschiedenen Dicken. Also echt eine geile Nummer. Besonders, weil das immer so diese Größe ist, die man braucht für die Stecker und alles. Richtig geil. Habe ich mich gefreut. Dann gab es nochmal richtig schöne Aufkleber von JanFact. Und ja, einmal hier in weiß. Kommt richtig geil auf schwarz. Und dann einmal schwarz. Kommt richtig geil auf weiß. Ja, finde ich richtig geil. Werde ich auf jeden Fall benutzen. Schöne Aufkleber. Und hier sind die G-Made-Sachen drin. Und ich habe für euch mal die Preise. Wie gesagt, das Ganze kam aus Korea. Mal gucken, ob ich euch da was zeigen kann. Ohne irgendwie großartig jetzt was zu spoilern. Da einmal Korea. Und da ist der Zollstempel, dass das Ganze durch den Zoll ging. Ja, ohne Probleme. Ich hatte Glück, weil der Wert hier deutlich den Zollbestimmungen übertönt. Ich habe auch damit gerechnet, dass das Ganze beim Zoll landet. Aber ist es nicht. Also manchmal hat man Glück und das geht halt eben durch den Zoll. Und manchmal hat man halt Pech und man muss zum Zoll und eine geringe Gebühr halt nachbezahlen. Ich habe mich darauf eingestellt. Ich hatte Glück. Fertig. Ja, wir haben hier einmal die G-Made-Lenkung. Und zwar ist das die rückwärtige Lenkung. Das heißt, ich kann ihn jetzt umbauen, dass er hinten auch eine Lenkung hat. Wir haben hier alles drin. Einmal die Zahnräder, die Knochen, die Gelenke und nochmal die schönen ekligen Stangen. Ich finde die nicht so gut. Sind sehr anstrengend zu schrauben. Und das Ganze original, wie gesagt, G-Made. Somit haben wir jetzt auch eine rückwärtige Lenkung und können rückwärts wie auch vorwärts crawlen. Und gleichzeitig können wir auch die Räderposition verstellen. Das heißt, wir können fahren wie ein Krebs und, und, und. Das werde ich euch dann aber alles noch zeigen. Also Lenkung einmal. Die Lenkung hat gegenüber jetzt im deutschen Raum, ich habe mir das hier extra aufgeschrieben für euch, hat die Lenkung 36 Dollar gekostet. Umgerechnet in Euro sind es momentan laut dem aktuellen Kurs 32 Euro. Als ich das gekauft hatte, hatte ich einen Kurs von, ich glaube, 31 oder 30 Euro. Das heißt, ich habe die Lenkung für 30 Euro, statt wie hier in Deutschland für 50 Euro, habe ich sie für 30 Euro bekommen. Weil hier in DE kostet die leider 50, teilweise sogar 60 Euro. Finde ich total überzogen. Dann habe ich mir die roten Stangen geholt. Das sind die Brace, auch schön mit dem G-Made Logo. Die kommen hier zwischen die Dämpfer, hier und vorne. Die waren, haben gekostet 9,90 Dollar. 9,90 Dollar. Umgerechnet sind das 8,80 Euro. Zu dem Kurs waren das, glaube ich, bei mir 8 Euro. Das heißt, für die Stangen habe ich nur 8 Euro bezahlt. Hier in DE kosten sie, glaube ich, zwischen 15 und 20 Euro, was richtig teuer ist. Also habe ich sie mir im Ausland geholt. Und wie wir sehen, original. Dann habe ich mir die gebogenen Stangen geholt, so wie ich es euch auch im Video gesagt habe. Ich möchte die gebogenen Stangen haben, damit er hier nicht auf die Kanten knallt und hier noch mehr Freiheit hat. Das sind diese Stangen einmal. Die haben gekostet 12,60 Dollar. Und das ist ein Umrechnungskurs von 11,20 Euro. Ich glaube, zu meinem Kurs waren das 10,80 Euro oder 10,90 Euro. Fand ich auch noch ziemlich günstig. Hier in DE kosten die Stangen so um die 20 bis 25 Euro. Können aber auch weniger sein. Ich weiß, die deutschen Preise habe ich mir jetzt noch nicht mehr, also habe ich nicht mehr im Kopf. Aber sie waren deutlich teurer. Und wenn ich sage deutlich, dann meine ich wirklich das Doppelte draufgeschlagen. Und zu guter Letzt habe ich mir hier noch diese Ringe geholt. Diese Differenzial-Aluminiumringe. Und zwar kosten die 4,50 Euro. Und umgerechnet sind das knapp 4 Euro. Ich war, glaube ich, bei 3,80 Euro oder so. Und das sind diese, hier kommen die Kugellager rein. Und dann, ja, die werden getauscht gegen die Kunststoffteile. Die sind hier in die Seiten reingedrückt. Kunststoff, Kugellager. Und dann läuft das Speer-Differenzial da drauf. Und die habe ich aus Alu geholt, damit der Kunststoff einfach getauscht wird gegen Alu. Ja. Und das war für mich der Testkauf bei Juntfact. Und ich muss sagen, die Sachen kamen super gut an. Wurde gut versendet. Der Versand war ziemlich teuer, muss ich sagen. Aber die Sachen kamen hier an. Ich habe deutlich Geld gespart gegenüber jetzt den DE-Kauf. Ich kann ja mal kurz gucken für euch, was das kostet im DE. Ich mache mir kurz die Mühel. So, ich habe euch das jetzt mal rausgesucht. Die Lenkung kostet bei Tamiko 50 Euro, aber auch bei anderen Shops 50 Euro. Dazu kommen dann nochmal 4,90 Euro Versand. Also 55 Euro, wenn ihr euch die Lenkung in DE holt. Die roten Stangen kosten 15,99 Euro plus 4,90 Euro Versand. Sind wir auch bei knapp 21 Euro in DE. Die silbernen Stangen kosten 19,99 Euro. Nochmal 4,90 Euro Versand. Dazu sind wir bei 25,26 Euro, wenn ihr die einzeln kauft mit Versand. Und die kleinen habe ich gar nicht gefunden in DE. Das heißt, die habe ich gar nicht hier überhaupt gefunden. Ihr seht also, gegenüber jetzt dem anderen Kauf haben wir deutlich Geld gespart. Wenn wir jetzt den Versand abziehen, haben wir bei allem, ich rechne das mal kurz für euch aus. Ich habe das jetzt mal ausgeendet. Bei denen habe ich den doppelten Preis einfach genommen. Also 8 Euro. Wenn es die in DE gibt, habe ich jetzt einfach mal so berechnet, weil alle Sachen genauso liegen. Wir haben das Ganze bei JuntFact für 53 Euro umgerechnet gekauft. Und in DE wären wir bei 94 Euro. Das ist fast die Hälfte. Wir haben also fast die Hälfte gespart. Ja, hat sich also für mich gelohnt. Und dafür habe ich mir dann auch diese schönen Felgen gegönnt. Ja, das war es zum Unboxing. Ich werde die ganzen Sachen jetzt Stück für Stück anbauen und werde dafür nochmal ein eigenes Video machen und werde euch das dann offiziell kappen. Das heißt, ich baue hier die Lenkung an, zeige euch dann das Ergebnis. Dann baue ich in dem Video auch noch die ganzen anderen Sachen an und zeige euch immer das Ergebnis plus den fertigen Reifen dann. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr ein Loch machen würdet oder nicht. Aber bitte nicht irgendwie random, irgendwelche random Leute, die das aus dem Bashing-Bereich und so kennen, die das machen würden. Sondern ich möchte das von Crawler-Leuten hören, die Erfahrung haben und 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 einfach mal ein Feedback geben. Genau, danke sehr. Gut, das war es mit dem Video und dem kleinen Unboxing. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ihr wollt, packe ich euch die Sachen von JanFact unten rein und die Felgen habe ich bei Amazon gekauft. Da packe ich euch auch rein. Die sind momentan aber ausverkauft. Müsst ihr immer mal wieder reinschauen, ob die wieder da sind. Dann bedanke ich mich erstmal und wir sehen uns dann im Zusammenbau-Video der ganzen Sachen. Euer Laser. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020